Daaaaaaaa! Daaa! Was, Leute? Ihr seid schon hier? Ähm... ja, heute spielen wir ein bisschen Overcooked! Und... Wir hatten schon eine Folge gemacht, aber irgendwie hat es sich nicht richtig aufgenommen. Deswegen spielen wir jetzt einfach nochmal... Oh, geil! Ich bin ein Erstplayer! Also, wir haben nur die ersten zwei Level gespielt. Ja. Nein, ich bin nicht Harald! Harald, du wirst Haraldino sein! Ich bin Streber. Ich bin Harald! Wie springt der mal? Ich glaube hier. Kein Plan? Der nicht. Weit in der Zukunft. Alles facken ab! Ich bin zu langsamer. Jack, ich glaube du musst ein bisschen lauter reden. Okay, das ist... Ich glaube, das Game ist lauter als zu. Okay, das ist es. Das ist in der Zeit! Die Beste lässt sich und wir müssen werden alle sterben! Alles was jetzt noch zwischen dem Zwiebelreich und der totalen Vernichtung steht, Seid ihr Dalladam! Dalladam! Wofür? Ich bin ein kleiner Penohund! Kevin hat recht! Ich habe nichts gedrückt! Habt ihr das gespielt? Ich glaube nur Kevin hat heute noch nichts bekommen zu essen. Aber ich frage mich... Ich frage mich, ob das Leben überhaupt schaffbar ist. Das ist nicht schaffbar. Ja, wir hatten da eine Fehlbestellung geliefert, aber alles geht nicht. Weil ich es alt bin ich da schnell! Gib mir alles rüber! Ey, ich merke schon wie meine Finger wieder wehtun werden. Ja, in der letzten Aufnahme haben uns ein Finger so hardcore krass wehgetan. Das könnt ihr ja gar nicht glauben. Mehr! Ja! Ey, da haben wir aber keine Teller, weil der mit Teller ist. Voll geil! Ist... Hallo? Hey? Hallo? Fünf Sekunden... Fünf Sekundenreiche. Ey, auf meinem Fokal! Ich warte mal noch den ganzen Tag. Prozent ich möchte ein Essen als wir haben zu ihm so ich spiel grad aufnehmen Xbox Gamepad der Spielplatz ganz mal auf Mose haben wir uns zu tun genauer Hälfte Da ist noch eins. Achso. Ja, geil. Wir dürfen hier gleich raus. Schnell, schnell, noch zwei Salats. Schnell, schnell. Gib sie ihm, gib sie ihm, gib sie ihm, gib sie ihm, gib sie ihm. Ja, ja. Es gibt keinen Zweck. Die Beste wird nicht satt, Alter. Ihr seid viel zu schlechte Köche und die Beste wird nicht satt. Der ist viel zu fett. Ja, vielleicht hat der uns auch mal helfen. Ja, stimmt. Seid gekriegt, Freunde. Es ist offensichtlich, dass ihr nicht gut gesucht wart, weil ich euch vielleicht nichts beigebracht habe und euch nur gesagt habe, dass ihr den Salat auf den Teller schmeißen sollt. Und ihr wart komplett scheiße und ihr habt nicht mal zusammengearbeitet. Deswegen habe ich uns zum Jahre 1993 gebracht. Und jo, so in 80 Jahren, wenn ihr wahrscheinlich schon wieder tot seid, da kommt das Monster wieder. Also macht euch bereit. Beweist eure Kochfähigkeit. Nur so seid ihr in der Lage, die dunkle Zukunft zu bewahren. Seid tapfer, meine Freunde. Seid tapfer, meine Freunde. Und viel Glück. Laber, laber, raber. Und viel Pech, weil ich euch nicht helfe und jetzt... Schau. Ich bleib hier und zock mit Kevin. PS4. Hallo. Ja. Wie geht... Ähm... Ja, genau. Paralgino. Ich verstehe immer noch, wie man sprintet. Ja, wir konnten auch vielleicht... Ne, passiert nicht. Ja, du musst gleich gleich laufen. Ich geb dir rüber. Ja, du musst gleich gleich laufen. Jetzt ist der Fehler nicht. Ist der Fehler nicht. Ey, wir haben ja alles hier zugestellt. Gib mir... Gib mir mehr. Wir müssen ja morgen gehen. Hallo. Kannst ihr die Flachwitz gut? Ja, haha. Ja. Welchen Flachwitz? Me... Meinen Flachwitz. Wir brauchen mehr. Mit Mr. Moorgame. Haha. Haha. Warum lacht niemand? Mehr! Haha. Warum lacht... Ey. Haha. Ist klar. Wir müssen... Ey, jetzt hab ich das hier abgelegt, weil ich den Texte skippt hab mit A. Ich auch. Ey. Lass mich doch das nehmen. Hier ist super. Geil. Ich muss noch die eine schneiden. Das klappt man zu? Jo. Das Level kann nix. So. Ein paar Teller. Was? Haha. Haha. Hä? Hey. Nur zwei Dinge. Oh. Ich weiß. Hallo. Ja. Geil. So macht man... was in die Suppe. So macht man was in die Suppe. Indem man einfach den Teller auf die Zwiebel stellt. Jo. So. Mit der Teller waschen? Und Teller waschen? Ah ja. Hey, wir haben... Ach so. Wir haben grad gar keinen Teller zu waschen. Ja. Ja. Ich muss auch putzen. Haha. Mehr! Mehr! Haha. Ich da durchgespringt entkommen. Ja bring doch mal den Teller weg. Ach so. Wie die Musik aufdringlich ist. Ich spüle noch Teller, dass man hier eine Suppe noch wegkriegt. Ah ja. Hallo. Ach so. Ich muss erst ablegen. Komm schnell. Schnell drauf. Schnell drauf. Ey. Fünf Sekunden mehr. Schade. Trotzdem voll. Das erste Level ist auch, wie sie hatten ja auch schon vorher drei. Und jetzt das andere. Jetzt wird's glaub ich richtig hart. Oh lol, wir können auch mit dem Bus brinden. Was? Ja, okay. Ich zeig dir da. Ich hab Bock auf diesen Scheiße. Okay. Herr Rollino. Gelern das alle ein Abo da. Ja. Hä ist das, dass wir irgendwann so reich sind, um uns Essen zu kaufen. Das gleich hatte auch schon in der letzten Aufnahme gesagt. Nur, dass ich dann auch gesagt hab, ist nicht so, dass wir gleich noch irgendwie zum Döner gehen. Oder so. Alla, stell hier doch nicht mal aus. Du brauchst auch nicht zum Topf. Jetzt muss ich noch schneiden. Sag mal, ich weiß, wenn wir noch schneiden sind. Wir brauchen nur Zitrone. Schnell wieder auch. Ja, ich krieg's so. Jawoll, ich hilf mir jemand. Hallo. Hier ist doch der Topf. Ach so, ja, sorry. Ich bin nicht grad so da. Jetzt brauchen wir Tomaten. Ey, ist dieses Level wieder anstrengend. Ich geb dir Tomaten. Bleib da. Na, 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 na. Keine Aufgabe. Okay. So, einen Abend, Teammates. Ah, die Leute versperren mir hier den Weg. Die sind viel zu fett. Okay, ich mach das. Nein. Äh, mehr Tomaten. Äh, mehr Tomaten. Wir haben jetzt schon mehr wie letztes Mal. Ja. Ich leg hier hin. Nimm die, nimm die, schnippel die. Teller? Teller, äh, ja, ich hol an. Nein. Nein. Ich schnippel. Mach schon mal Tomaten rein. Genau. Da, klar. Jetzt hol mir den Koffer. Da kannst du ihn grad abholen. Ey. Wow, ich will extra warten. Ey, die Leute drücken mich weg. Trinken wir mal bitte, ähm, Tomaten. Äh, ja, ich war Spatella. Was brauchen wir? Wir brauchen eigentlich, ähm, Züge. Nee. Digga. Ey, dieses Level ist aber dreimal so schwer wie das davor. Ja, ist so. Schnell, schnell mal rein. Ja. Komm. Spate hier. Nein, es... Weg da, weg da, weg da. Huuuuh. Bisschen ab, ey. Ja, die Tomatensucke, die einen schaffen wir nicht mehr. Wie die Musik immer so. Ja. Ist so. Hopp. Ey. Bringst du noch ein Tomatensucke? Ich weiß nicht, den Partner ist eine... Ich weiß nicht, den Partner ist eine... Ich weiß nicht, den Partner ist eine... Gedränge und Geränge. Hehehe. 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 Guck mal, die Tomaten in Schweden, die geschnitten werden. Hehehe. Hehehe. Aber zwei Sterne, ist doch ganz geil. Nächster Sterne. Oh nein. Ich kenn ihn doch schon aus Mario. Oh nein. Ich muss... Nein. Bitte nicht. Wie du immer boostest. Ich kann das nicht. Ja. Haraldino. Harald. Ja. Das ist kein Wunderwasser. Ich muss noch ein Boot. Äh. Suppen. Okay. Ja, ich bin da. Ne, ich mach das. Na ja. Hier, was ist das nächste? Ich weiß halt nicht, was ist. Ah, Tomaten. Tomaten. Äh. Kein Tomatenkitz. Ey. Und Mensch. Und Mensch, Teamspieler. Wo ist die Spiele? Ey. What the fuck? Müsst du, ähm, Suppe? Ja, nimm doch die Suppe! Nimm! Nimm! Alter, du musst so krank. Hehehe. Ich mach jetzt Psychospiele mit dir. Ah lol, die Teller sind da, weil wir gespielt haben. Das ist gut, wenn sie zurückkommen. Hey, das Leben ist aber voll cool gemacht. Mhm. Das nächste Triebel. Ich geb dir mal. Da ist ein Teller, den du abnehmen kannst. Was? Ja, aber... Das ist kein so ganz klassisches Super-Wasser-Lassen. Fehlts. Nö, du kriegst Tomaten. Fehlts, jetzt geht her! Du kriegst Tomaten! Alter, unsere Bestellung geht gleich kaputt! Schnell! Schnell! Nein! Mein Gott, ey! Fehlts, Fehlts! Dann geh ich wieder nach rechts. Ja, genau. Schnell mehr Pilze, jetzt geht her! Alter! Ey, was machst du? Ey, wir verkacken schon gleich eine Bestellung, weil mir einfach keine Pilze gibt. Pech. Nein, jetzt bin ich hier gefangen. Ja, schnell! Mach doch rein, mach doch rein! Was tust du? Hallo! Ey! Alter, kannst du irgendwas? Alter! Ey! Ja, toll! Was machst du denn auch? Nein, jetzt komm! Geh doch die andere Seite! Ja, dann tu aber auch was! Nicht so, wie gerade dem einfach nur rumstehen und mir auf dich Tomaten geben! Und die haben wir jetzt voll verkackt! Ja, gib mir mal einen Teller an! Hier sind Teller! Darum steht ein Teller? Voll, jetzt haben wir das, was wir am wenigsten gerade brauchen! Digga, lass mich da! Ich geh rum! Ey, wegen dir verkacken wir alles! Guck mal! Hier ist doch schon... Ja, ich bin kein... Ich... Ha! Jetzt bring ich... Ja! Ha! Ha! Ich bring der Zutaten! Bring mir mal den Eintopf! Ey! Was machst du?? Ich bin schneller! Ich bin schneller! Äh! Wo ging der? Äh! 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 Ey, wegen dir haben wir so hart verkackt! einstehen ich will ja noch mal ist der 90e ja es wäre gewesen jetzt mir einfach die zu drei ich dir es noch mal es geht jetzt jetzt bist du rausgegangen aus dem spiel ja 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 dann bin ich aber harald ja wer hat harald alle ich will alle jetzt bist du mein bruder altern im spiel hat habe ich will ich gar nicht genug als bruder in dem spiel was mir das ein bisschen plöblich am anfang war voll alles chillig wir haben ja hier ja alles zu stellt was die nächste bestellung das ist nämlich der nächste bestellung da sind fettige tomaten macht es gerade hier auf dem teller ich will spiele ja und jetzt macht er auch noch tomaten rein perfekt genau noch mehr tomaten? ja ja ich hab was für den Pilzen genommen komm rüber wie soll? weil ich helfe ey als ob jetzt der teller wieder hier ist da nimm ihn grad mit so jetzt brauchst du es lieben? ja und eine tomaten ah wie lebt da ne ne ich dir als die tomaten geschaffen webeln kompaktierung da ist ein teller zum abgeben und bei dir rum wo ist nicht gut ja geht du da lang pass auf schnell macht nein Tomate ey was machst du jetzt schon wieder ach so wir haben hier schon die tomaten sind nur noch nicht abgegeben weil du sie nicht abgegeben hast jetzt bin ich wieder schon ich hab's vielmal gesagt abgeben was du da denkst du so nahal dino ey ja weg damit dino ja weg damit dino ich bin jetzt dran ey jetzt vergangen wir wegen dir wegen mir schnell gib ab gib ab guck boah miesi ey ich will einfach was sagen boah miesi nein fach 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 schnell ich muss ja ein super machen ja drüber als gleich auch macht doch einfach da jetzt rein macht es da rein macht ja legt doch ab was tust du was machst du ein alter bist du komplett inkompetenz ja jetzt bist du mal auf der anderen sagt weil du kannst es nicht nein und das gerade ganz eindeutig gesehen ich kann ich habe mir zutaten geben das kann zutaten und abgeben und dann das dankeschön kassierende entnehmen nein gleich gibt es ja bleib hier ich glaube ich glaube hallo gibt doch ab Prozent Prozent ein Lager aber ich bin jetzt sie sagt mal Prozent nur ein wenig weil ich diesmal die Sachen gegeben haben Prozent mit dem diesmal geschnitten Ohr ich bin ich habe jetzt mal auch geschnitten war es ja okay lautet das war es jetzt hier mit dem Video und wir machen jetzt direkt noch nächsten part und dann nicht sagen schul oder schalter nicht mal ein wenn es heißt zwei tschüss zwei idioten zu nacken spiel spiel